Hola und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Alien Isolation Vielen Dank fürs Einschalten, ja, ähm, wir starten ja eine Finalin in den letzten Spielstunden, Spielminuten, wie auch immer in Alien Isolation Und, ja, wir nagen uns wirklich dem Ende, was ich echt awesome finde Wir haben ja in der letzten Folge eine Pumpgun bekommen, schaut euch dieses Ding an Und müssen jetzt diese Gitter, diese Galerie-Gitter irgendwie hochfahren, wie auch immer das Hier geht's ja nicht weiter, wie auch immer das gehen soll, ich weiß es nicht, das müssen wir halt jetzt herausfinden Wir haben hier gespeichert, das Alien ist weg und wir sind auf uns allein gestellt Ja, das ist so die aktuelle Lage für die, die halt, nö, nicht das LP so ver- Schau mal, das ist doch schon markiert, da müssen wir zur Haustechnik Das heißt einfach, warte, warte Einfach zurück und links irgendwie Ah, mit den Hiwis stimmt was nicht, zumindest wurde uns das gesagt, mit den Hiwis soll irgendwas komisch sein Was das ist, werden wir bestimmt bald herausfinden, aber Da geht's nicht rein Naja, okay, dann müssen wir uns jetzt hier noch ein bisschen umschauen Und zwar würde ich mir gerne hier mal Einen kleinen Einblick verschaffen Wie sieht, ah, da ist schon so ein Vent Rein in den Vent, würde ich sagen Alien ist nicht da, von daher bin ich jetzt ganz gechillt hier im Vent Nö, alles cool Hier kann mir nichts passieren Tralala, ist das nicht schön Ha, Freunde Morgen, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, läuft es schon Assassin's Creed Unity Ich hoffe, ich krieg's zum Laufen, ich bete darum Ich war erst so richtig sauer, dass die ganzen großen LPR das Spiel wieder Tage vorher spielen und hochladen dürfen Was ich echt immer assi finde Ey, da kommen wir her, da dürfen wir gar nicht hin Ich finde das irgendwie, ja, für normale Leute ist das wahrscheinlich voll egal Und das stört eigentlich auch keinen, außer eben den richtigen Fans von Assassin's Creed Die ärgern sich natürlich, dass da jetzt das Spiel Irgendwelche anderen Leute das vor denen spielen dürfen Das ist ja auch verständlich Ich meine, es gibt ja einen offiziellen Release Termin mit der halt Ja, dann anscheinend halt nicht, ne Und das ist halt ein bisschen ärgerlich Für die, die es halt schon Monate im Voraus bestellt haben Aber, ja, ist halt Werbung, ne Marketing und so Ist halt einfach, ja, ist halt so Muss man akzeptieren Und, ähm Ich laufe jetzt hier einfach mal weiter Wir müssen uns jetzt hier echt mal ein bisschen Siegsen Hm Da ist noch was zum Warte, war hier Ach da Wesentlich ist der Arm Ja, ah, ja, 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 ja Oh, nein Boah, ich hasse dieses Menü, das ist echt der Wahnsinn Das hätten sie echt anders machen sollen Hier geht's auch nicht rein Okay Äh, hier geht's auch nicht rein Wie hast du mitnehmen? Schrott Geil Und nichts Okay Wir könnten Ach, wir können natürlich mal hier rein, ne Was hätten wir davon? Äh, da Ja War richtig Wie gesagt, die Androiden sind crazy Das heißt wahrscheinlich, die werden uns einfach angreifen, wenn sie uns sehen Aber Androiden, vor denen habe ich jetzt nicht so viel Angst Es piept übrigens, hier ist irgendwo einer Also, ne Ich hab viel lieber, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, Androiden als ein Alien Muss ich ganz ehrlich sagen Heißt aber nicht, dass man jetzt hier Ah, was ist denn das hier Ich drück, ich drück, ich drück Oh, komm Was passiert jetzt Ha Da geht ganz schön die Party ab Ach, schau mal Da sind wir sogar genau richtig Alter Ich hab da gerade Alter, wie die Musik gerade abgeht Ich glaube, ich hab von da Schreie gehört Und wir wechseln jetzt erstmal natürlich zum Revolver Weil Was geht denn da ab? Ich check Alter, ich seh gar nichts Hallo Leute Ach, das sind alles Hiwis, ne Ich hoffe, ich schieße jetzt keine ab Brauchst du die? Hiwis, komm mal her Du greifst mich nicht an, ne So, Hiwis, was ist los? Folgen Sie mir, bitte Fuck you Ich geh nirgendwo hin, du verkackter Hiwi Ja, das piekst ein bisschen, ne Und zwar mitten zwischen die Augen Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 Sackgasse Lol Alter, ich dachte schon Warum hilft denn der Spackum hier nicht, der hier rumläuft? Ha, ha Da hab ich dich Lol, der liegt noch Ey, der rennt immer nur weg, der verkackte Schisser hier Stirb jetzt Alter Okay, Freunde Fuck you Lol Haha Nice Lol Oh, ich brenne Er brennt, ich brenne Oh mein Gott Lol Lass mich Boah, ey, wie geil Wie geil das auch Oh, shit Fuck you So, der hat snap Oh, fuck, meine Munis alle Meine Flammenwerfer-Munis alle Ja Leute, brennt noch ein bisschen Vielleicht Geht er von alleine kaputt Ne Schau, wie das aussieht Wie Terminator Ich werde sie anfangen Wisst ihr, was ich noch hab? Aber ich werd es nicht an dem Ich hab noch ein Elektroschocker-Ding Lol Wie denn nichts macht dieser Schisser, ne Das ist echt ein Trauerspiel mit dem Jungen Hast du Muni für mich? Schau Schau dir dieses Trau- Lol Ist er tot Aber Gib mir Muni, irgendwer Muni Der hat doch Muni, jawoll Ja, ey, das sind ja auch hier Schau mal, die haben die nicht kalt gekriegt Und ich alleine macht die jetzt kalt Bam Na Fuck Lol Ey, willst du mich verarschen, Junge? Ich bin doch Ein Freund Ey, bist du behindert? Wie der mich plötzlich angreift, der Hesselon Hesselon Na, lad mal nach Okay Ja, komm Die Musik muss man nicht hier übertreiben Bisher ist alles ganz easy Der Die Pumpgun One-Shot Das sah mega awesome Jetzt gehen wir wieder zum Revolver So, Komponente Wir haben ja noch Rohrbomben und so Und Molotov haben wir auch noch Also komm Sollen wir chillen hier Ich bin doch ganz gechillt Alles gut In der Ruhe liegt die Kraft Aber ich bin nicht die Ruhe selbst Ganz und gar nicht Ich glaub Loll, lad mal dein Ding richtig nach So Was ist das hier für ein Äh Wo geht's hier weiter? Okay Hier ist nichts, oder was? Oder ich seh's wieder Nicht wie immer Naja Weit Boah, die Musik ist übertreibt Der grad Ultra Hier geht's auch nicht lang, oder was? Weil hier ist Feuer Naja, kann ich Alter Die kann da jetzt natürlich nicht drüber springen Ist klar Jetzt sind wir wieder zurück Ach, Leute Wir sollen tatsächlich Hä? Warum bin ich jetzt hier hergelaufen? Moment mal Ja Da müssen wir hin Oh, die Musik Da ist das nervig gerade Ich glaub Ich hab da echt was übersehen Irgend so ein Terminal oder sowas Irgendwie sowas Ich weiß es nicht Hab hier irgendwas übersehen Vor allem hier ist auch so ein Ding, ne Vorne links What the fuck Schaut mal Dieses rote Tal hier Das ist genau hier an der Ecke Aber hier ist nichts Hm Ich glaub wir müssen echt Also versteh ich jetzt grad nicht ganz Warum mussten wir jetzt hier her überhaupt Also ich mein Warum existiert diese Stelle? Wir hätten ja einfach Hier geht's auch nicht lang, ne Wir hätten ja einfach Ja Da umkehren können Ne Wir hätten überhaupt nicht hier reinlaufen müssen Und dann hab ich hier irgendwas übersehen Nee, oder? Keep out Bla 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 Ja, da komm ich ja nicht hin Weil die Galerie offen ist Da ist ein Gang nach unten Aber Ich schau mich doch einmal hier um Das kann doch gar nicht wahr sein Mitten im Krieg Ich hier nochmal ganz gechillt Alles anschauen Nee, aber das Warte Das ist da vorne links Na Oder kann ich irgendwas hacken oder so? Oh lol What the fuck Dann geht's natürlich hoch Was ist denn das für ein Scheiß? Sag nochmal Apollo hat die Androiden losgelassen Sie greifen bei Sichtkontakt an Ich hab keine Ahnung Was zum Henker hier los ist Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten Es ist als würden sie Jagen Wehen Leben Und alles Was soll das heißen? Leid halten Oh yeah Coole Sache Boah, ich bin jetzt voll im Krieg mit den Androiden Finde ich awesome Wusse, ich weiß nicht, dass ich hier Türen automatisch aufgehen Bindemittel Ähm, ich schaue mich jetzt mal hier oben um Weiß nicht, wo ich hin muss Hm Da ich jetzt auch noch rein Wow Aber wir sind hier richtig, ne? Also da jetzt praktisch weiter Und dann Ist das da ein Hiwi? Ne, ist das nicht, ne? Ey, Frieden oder? Boah, wie die alle auf mich schießen, ey Boah, ey, ganz ehrlich Jetzt kann ich wieder hinten anfangen Boah, ich hasse diese Wichser Das ist so dämlich in diesem Spiel Da trifft man Jeder weiß, dass die Hiwis abgroße, ne? Wen knallen sie ab? Ein Mensch, der nicht aussieht wie ein Hiwi Oder sehe ich aussehen wie ein Hiwi? Ich sehe nicht aussehen wie ein Hiwi Jetzt sind wir hier wieder Oh Gott Äh, 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 äh So Wir wissen ja, wo es lang geht Go, go Komm, mach, geh auf So, geh auf Geh auf, geh auf, geh auf Boah, das Findet ihr das auch unlogisch? Ich find das mega unlogisch Vor allem der Typ hat einfach meine Rüstung an Er hat Angst vor mir Das macht absolut keinen Sinn Für mich macht das keinen Sinn Aber es ist halt Boah Ist halt ein Spiel So, ja, mit der Ausweiskarte Mach das Ding hier wieder Boah, hier hab ich auch Eigentlich ein Checkpoint übersehen Weil ich hab keinen Speicherpunkt gesehen Irgendwie Wo man jetzt hätte einfach speichern können Das ist doch ein recht weiter Weg bis dahin So, ja, ja Ja, ja Die Hewis sollen die jetzt erstmal killen Ich misch mich da jetzt nicht ein Bis die Hewis da aufgeräumt haben Ich warte da jetzt erstmal eine Runde Elektroschocker Halt hier aber bereit Falls einer reinkommt Bam Ich muss auch noch nachladen Okay Ah Warte, ich hab auch noch was für dich hier Zack Ist ja wie sie rumspacken, ey Und jetzt Bam Nur weil der Tiere fürchten, dass Feuer Schaden macht So ich aber trotzdem Das könnt ihr nicht Oh, Alter Ja Sebastian, ich zünd dich gleich mit an Kümmert euch mal um den, genau Ja, sehr gut Oh, oh, oh Ich dachte, Elektroschocker machen One-Hit Anscheinend nicht Ja Willst du jetzt mal sterben? Zack Ja, ja, kümmer dich mal um den Ich nehm hier mal kurz die Muni Zwei Schuss, reicht das? Ey Der lädt auch nicht richtig nach, ne? Sicherheitsverstoß Lol, irgendwer schießt wieder Weil ich lock den Hiwi da hin Hier ist wieder der Soldat oder so am Start So Hiwi, komm mit Ach ne, komm Fuck Daneben geschlagen Die werden ich derisch Zack und jetzt Fuck you So So Okay, da kommt wahrscheinlich wieder dieser Typ Den zünde ich einfach ran Hoffentlich funktioniert das Also diese eine Soldat, der da Wobei, wir müssen gar nicht zurück Gar, ich will die Muni haben Oder ist der weg? Ja Warte Er hat dem Stuff Okay Lol Wo ist der? Hab ich ihn noch gehört? Okay, keine Ahnung wo der ist Ach da Ah, tschüss Lol Interessiert den gar nicht Lol, jetzt Na gut Danke für die Pumpgun-Patronen Dankeschön Scheiß drauf Hier lang Hm Du Scheiße Viele hier sind Das ist eine richtig geile Shooter-Passage Da freue ich mich ja richtig drauf Ich baue mir jetzt erstmal ein paar Mollis Oh, kann ich nicht Äh EMP-Mine Auch voll awesome Ähm Rohrbombe Kann ich auch nicht bauen Medikids kann ich Okay, okay, okay So In den Krieg So Jetzt gehen wir mal Schauen wir mal kurz Die Map Was sagt die Map? Dass wir vollkommen falsch sind Sagt die Map uns Aber warte Die Frage ist jetzt Ob wir hier Unten Ne, ich glaube Wir sind hier richtig Einfach da vorne links Das muss ich eigentlich da hinführen So Jetzt schauen wir gleich nochmal Oh Da kommt ja schon einer Ja Fehlt der aus Drei Schuss Yeah Die Pumpkin ist badass Oh Oh Der hat gar nichts für mich Das ist traurig So Jetzt da links So Und jetzt Gerade aus Ne Sieht irgendwie so aus Ne Ja Dann gehen wir mal da rein Aber was ist das da vorne Von Bush Oh jetzt hat man Abgang gemacht Oh jetzt hat man Abgang gemacht Oh Shit Aber ich glaube Der hätte uns sowieso Nicht helfen können Okay Alternativroute Würde ich sagen Nochmal Im Weg komplett zurück Und das Was wir vorhin gelaufen sind Vielleicht Oder Wow Fuck you Fuck you Ach Schiss ich da Ich hätte nicht geschossen Aber jetzt wird jeder abgeknallt Der mir über die Also jetzt Ja ganz ehrlich Wenn jeder auf diesem Schiff Nicht abknallt Dann muss ich das jetzt auch machen Hm Oh lord Wann geht das hier nicht auf Verarschen Okay Puh okay War nicht der Weg Den wir vorhin gelaufen sind Wie lange geht die auf Machen Schön Ah kein Ding Werden Sie noch heute Teil der Sixen Company Das ist super No Entry Wo sind wir vorhin gelaufen Das ist hier vielleicht Nee Äh Hey Hey Ist hier noch ein Weg Den ich übersehen hab Gehen diese Dinger hier auf Nee ne Woher weiß man Wann das hier aufgeht Und wann nicht Das check ich nicht Oh hier ist auch noch was Irgendwas Auch nicht Strom wieder herstellen Oh Terminal oder Nee Hier geht auch nicht auf Okay Colonial Marshals Colonial Marines Hahaha Bestes Spiel ever Boah ey Das ist hier echt Gerade ein bisschen verwirrend Muss ich sagen Vor allem es bindet Man muss hier immer Bis vor laufen Man weiß ob das Ding hier aufgeht Oder Oder ist das vielleicht Die roten Lichter Oder so Ah hier Schaut mal Geht doch oder Ja Ja Alles klar So Dann gehen wir mal da hinten hin Was war das Wo ist der Typ Ist auch nix Doch da hinten ist ein Koffer Noch Den hab ich noch nicht gesehen Glaube ich Äh Hm Alternativer Weg Da Geradeaus links Hallo Wer ist da Ah man ey Was für voll Idioten Le Lebt sogar noch Ja da oben Waren wir da nicht schon Ne ich glaub Da waren wir beim ersten Mal Ne Ja Ich glaub schon Oder Oder ist das wieder dieselbe Scheiße Ne Ist dieselbe Scheiße Da Ja Na will ich Wir abknallen Da Genau da hat der mich Vorhin Oh warte Ich brauch unbedingt Medikit Unbedingt Medikit Zack Und Pumpgun So Okay 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 Ja Du schaust mich hier schön an Ne genau Und hier Okay Und hier ist auch noch was Ich nehm alles mit Okay So Dann mal hier Hier rein Denk ich mal Warehouse Da kann man speichern Wow Yeah Das War Ein recht entspannter Krieg heute Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Vielen Dank für's Einschätten Wenn euch das ganze gefallen hat Dann hier das Däumchen nach oben Und danke Bis dann und ciao